Guten Morgen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Traderinnen und Trader und damit herzlich willkommen zum zweiten Webinar hier mit den Handelsideen für diese Woche zusammen bei Tickmill mit Tickmill, dem Broker für Aktien, Forex, Rohstoffe, Anleihen und auch Kryptowährungen. Bevor wir heute in die Handelsideen reingehen, erst einmal allen Live-Zuschauerinnen und Zuschauern hier mein herzliches Willkommen auch und die Einladung wie immer im Chat direkt die Fragen zu stellen. Das heißt, wenn etwas auf dem Herzen liegt, wenn der ein oder andere Chat oder Chart besprochen werden soll, dann bitte direkt hier in die Chats rein auf GoToWebinar bzw. im Live-Chat auf Facebook. Dann kann ich direkt auf Ihre Fragen oder den Wunsch-Chart eingehen. Bevor wir in die Chats reinschauen, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Holger, einen schönen guten Morgen. Olaf, auch dir einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, der Abend gestern war entspannt und der ein oder andere konnte von den doch ordentlichen Bewegungen am Kapitalmarkt profitieren. Wir schauen uns da gleich mal noch den Chart an hier vom S&P 500. Den hatten wir ja auch mit besprochen und das ist manchmal völlig verrückt, was hier passiert, wenn man sich das Bild einfach mal anschaut. Der Markt hat hier gestern einfach mal so ein bisschen nach unten getestet. Hier diese wichtige Widerstandszone um 2600 Punkte durch den Markt unten rausgenommen und dann mit einer Wahnsinns-Intra der Rallye alles wieder wettgemacht. Es bleibt jetzt natürlich extrem, extrem spannend. Also ich bin hier aktuell sehr, sehr eng an diesem Markt auch dran. Warum bin ich eng an diesem Markt dran? Das ist relativ leicht zu sehen. Schaut euch mal das Korrekturmuster hier an, was wir hier haben. Das ist eine relativ konstante, flache Korrektur, die wir hier oben haben. Und jetzt bleibt es für mich halt sehr, sehr spannend, wie der Markt hier weitermacht, weil wir haben nach diesem starken Schub nach unten, wenn wir uns auch mal die letzten Tage anschauen, ja nicht wirklich Korrektur gehabt. Und das ist jetzt genau der Spannungsbogen, den wir brauchen, der sich nach oben aufbauen kann, wo wir möglicherweise so ein Snapback bekommen, so einen Rückzug in den alten Bereich rein. Und da kommen dann halt Marken, wie hier die 2700 mit ins Spiel. Das ist interessant. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen hier auf alle Fälle nach diesem Schub nach oben und der seitwärts laufenden Korrektur hier natürlich den Schub über das Hoch von gestern. Und wenn das passiert, dann zeigt mir der Markt hier, okay, jetzt kann es mal kurzfristig hochgehen. Aber bitte, das hat nichts mit der allgemeinen Situation zu tun. Die ist immer noch genau so, wie ich das geschildert habe, an der Grundlage hat sich überhaupt nichts geändert. Das heißt, das ganze Ding hier ist etwas sehr, sehr kurzfristiges. Ich gehe zumindest davon aus, dass wir hier sozusagen den Markt an der Stelle sehen, wo wir ein Snapback bekommen, wo wir vielleicht auf die 2710 hier oben reinlaufen und dann möglicherweise auch schon wieder rumdrehen. Das heißt, wir haben momentan extrem hohe Volatilitäten. Das heißt, hier kommt auch wieder die Frage nach dem Zeitcontent mit ins Spiel. Das heißt, wie viel Zeit geben wir den Traders und wir sind momentan in Abwärtstrends und wenn wir da gegen den Markt traden, muss man sehr, sehr schnell in Teilen auch sein. Das heißt, das, was wir gestern nach unten gesehen haben, kann heute ganz genauso gut nach oben passieren. Das wissen wir nicht aus diesem Grund. Wenn der Markt schnäppst, können wir mit dabei sein, aber immer wissen, dass die Ziele halt entsprechend auch abgeholt werden müssen, weil der Markt extrem schnell wieder in die andere Richtung laufen kann. Das haben wir ja gestern gesehen. Damit genug sozusagen für den Blick auf gestern, auf das, was wir auch im S&P 500 angesprochen hatten und damit in die Trading-Ideen für heute zurück. Ich habe Austral-Dollar, Cann-Dollar, Neuseeland-Euro, Neuseeland-Dollar, Sorum und den IBEX, den spanischen Aktienindex heute auf der Uhr. Vorher auf alle Fälle noch der Blick in die Nachrichten. Theo, einen schönen guten Morgen. Die Nachrichten für heute, hier auch wieder Großbritannien mit drinnen, warum auch die Briten. Die Briten bewegen die Märkte momentan doch teilweise ganz ordentlich. Jetzt haben wir die Geschichte mit dieser Abstimmung über den Brexit. Heute doch nicht, wird wieder verschoben. Also wir sehen, es ist so ein Hin und Her und Hin und Her und die Grundentscheidung oder die finale Entscheidung muss auf alle Fälle noch, ja, morgen. Katzi, muss auf alle Fälle noch geändert werden, beziehungsweise beschlossen werden, wie geht es weiter. Der Markt spielt einmal das harte Szenario, einmal ein anderes Szenario und die Grundentscheidung muss aber noch fallen. Gibt es jetzt den Brexit, gibt es den nicht, ist er hart, ist er weich, das sind alles Dinge, die testet der Markt von den Szenarien jetzt so ein bisschen aus. Und solange wieder noch keine Grundsatzentscheidung gefallen ist, haben wir hier wirklich die Situation, dass es so ein Hin und Her getingelt ist und bis da nicht wirklich Ruhe drin ist, bis die Entscheidung durch ist. Und wird der Markt wahrscheinlich hier immer auch wieder hin und her springen und deswegen schaut man auch auf die Entwicklung, auf die wirtschaftlichen Entwicklungen immer auch so ein bisschen mit dem Auge, was passiert denn der Wirtschaft auch im Thema Brexit. Hier heute die höchsten Relevanzen um 10.30 Uhr aus Großbritannien gibt es das Thema Durchschnittseinkommen und Arbeitslosenänderung. Um 11 Uhr für uns hier in Deutschland extrem wichtig, der ZEW Konjunkturbereich, das heißt hier die Erwartungen und der Index, das alles gibt es hier um 11 Uhr. So und um 14.30 Uhr gibt es aus den USA den Erzeugerpreisindex und dann gibt es hier am Vormittag entsprechend hier in den niedrigeren Relevanzen halt noch diese Zusatzinformationen zu den wichtigen Dingen, die wir hier oben haben. Das ist dann entsprechend auch noch mitzulesen. Also das mal die wichtigsten Dinge, die wir heute hier auf der Uhr haben. Die sind marktrelevant aus diesem Grund immer so ein bisschen das Timing mit dem Kopf haben, wie wir das gestern auch hatten, als wir den Trade besprochen hat mit dem britischen Fund US-Dollar, also im Cable. Da hatten wir ja auch das Zeitthema mit auf der Uhr und es war auch gut darauf zu achten und danach ging die Post an dieser Stelle ja entsprechend auch ab. Das haben wir ja gestern in den Charts sehr, sehr gut verfolgen können. Also auch da ist die Planung gut, warten bis der Moment kommt und dann kann man ganz in Ruhe den Markt mit traden. Und damit gehen wir in die Charts für heute rein und zwar starten wir einfach mal mit dem Austral-Dollar-Kan-Dollar. Da hole ich gleich rein, auch direkt wieder hier im Tageschart eine sehr, sehr feine Situation, die sich herausgearbeitet hat. Wir wissen ja, die Märkte laufen in Trends und die zeigen uns auch an, wann beispielsweise so eine Korrektur zu Ende geht. Das haben wir hier sehr gut angezeigt bekommen, bevor ich hier in die Planung für mögliche Entwicklungen reingehe, einfach mal zu zeigen, wie das Ganze ausschaut. Hier unten, da unten, hier war das letzte Korrekturhoch im Abwärtstrend. Hier ging der Markt drüber und hat dann schön angefangen nach oben zu trenden. Und so sieht eine Umkehr aus, die sich von unten nach oben ergibt. Und das Ganze mit Bezug auf die Verortung im Trendverlauf. Wir hatten hier eine schöne, tiefe Korrektur. Der Markt ist hier nicht tiefer runtergelaufen. Das heißt, nach unten hin wäre in der Korrektur natürlich noch ein bisschen was drin gewesen. Nicht mehr viel, aber ein Stück weit noch. Das heißt, hier an das Tagestief um die 0,95557 bzw. das Korrekturtief hier, das aktuell gültige aus der letzten Korrektur bei 0,95240. Da wäre Platz gewesen. Das kann auch immer noch passieren. Dann ist natürlich das Szenario, was wir heute beschreiben, auch wieder hinfällig. Aber wir sehen, der Markt läuft schön hoch. Der Aufwärtstrend hier in der Stunde, der setzt sich weiter fort. Und damit können wir gerne auch nach oben blicken. Weil mit der Maßgabe, dass sich dieser Trend hier, den ich grün eingezeichnet habe, auch fortsetzt, gehen wir ja auch davon aus, dass der Markt auf alle Fälle mal hier oben ranläuft. Wenn er das tut, wenn es zu einer Trendfortsetzung kommt, dann haben wir hier ein paar schöne Tageshoch, wo man schön auch das Ganze mit der Tradeplanung vereinbaren kann. Das heißt, hier, wir haben die Tageshochs um die 0, was haben wir hier, 0,96934. Wir haben hier das nächste Tageshoch bei 0,97192. Und wir haben hier noch das dritte Tageshoch vorm Hoch bei 0,97484. Das sind die wichtigen Punkte. Da können wir unsere Trades hinplanen. Das verrät uns der Markt sozusagen. Und damit einfach nur hinschauen und gucken, was der Markt entsprechend macht. So, das zum Austral-Dollar, Can-Dollar und dann schauen wir in den zweiten Währungschart für heute mal in den Neuseeland-Dollar rein. Euro-Neuseeland-Dollar haben wir hier auch schon öfter besprochen. Ist auch ein Markt, der schöne Bewegungen entsprechend auch zulässt. Hier haben wir ein anderes Korrekturmuster, aber wieder auch innerhalb eines laufenden Trends. Hier haben wir halt den Abwärtstrends. Und hier hat uns der Markt gestern verraten, dass wir innerhalb der laufenden Korrektur ein Umkehrsignal bekommen haben. Das Umkehrsignal war gestern da. Wir sehen es hier. Wir haben nochmal ein leichtes Hoch geschoben und danach hat der Markt komplett abverkauft. Das war das erste Indiz, das erste Signal dafür, dass der Markt uns angezeigt hat, es geht wieder in Haupttrendrichtung. Mit Blick auf die laufende Korrektur kann es bei einer fehlenden Bestätigung natürlich ganz normal sein, dass wir auch weiter hochlaufen. Das heißt, wenn die Märkte oder der Markt hier, die Händler, die Kurse wieder nach oben schieben und wir über dieses Tageshoch hier bei 1, was haben wir hier liegen? 1,66, hier haben wir es, 1 im High, 1,66, 6,5, 7. Da drüber, dann kann sich die Korrektur natürlich noch ausweiten, weil wir wissen ja, Korrekturen können laufen bis zum aktuellen Trend hoch, also Korrektur hoch in diesem Trend. Und das ist hier bei 1,67, 9,11 der Fall. Aber wenn es so kommt, wie das Signal von gestern uns das angezeigt hat, dann können wir auch erwarten, dass wir unten drunter laufen. Das heißt, die nächsten Dinge, die nach unten kommen, laufen wir erst einmal natürlich unter das Tagestief hier vom Freitag letzter Woche. Das Low war bei 1,64, 9,59 und dann haben wir hier noch ein weiteres Tagestief bei 1,64, 3, 3, 3, bevor wir dann hier in den aktuellen Tiefstand des aktuell laufenden Trends kommen bei 1,63, 2, 9,5. Das zur Unterseite und das Ganze schauen wir uns zur Vereinfachung dieses Setups oder der Setupplanung auch gerne noch einmal in der Stunde an. Und hier haben wir das Ganze liegen. Der Markt schwingt hier so schön nach unten. Wir sehen die schönen Schwünge nach unten hier, den letzten Schub. Jetzt ist Korrektur angesagt und da kommt es jetzt halt wirklich darauf an, wenn der Markt wieder rumdreht, wäre das dann ein sehr, sehr schönes Signal, in diesen fallenden Markt wieder reinzugehen und konform mit der Richtung des Abwärtstrends des Tages entsprechend auch zu treten. Dazu brauchen wir natürlich aber immer auch die Bestätigung und mit Blick in diesen Charter sehen wir auch, das ist hier gut ersichtlich, dass wir halt auch an den Korrektur-Tiefs des vergangenen Aufwärtstrends, also das, was es hier nach oben geschoben hat, wo die Korrektur gelaufen ist, dass der Markt das auch beachtet, dass man dort Widerstände bzw. Unterstützungen in solchen Sachen suchen kann. In so einem Abwärtstrend hier, wenn der Tag Abwärtstrend ist und wir die Korrektur im Aufwärtstrend haben, da stellen natürlich die Trend-Tiefs entsprechende Unterstützungen mit bereit. Das heißt, mit Blick in diesen Chart, wenn wir hier oben dann rumdrehen, wenn die Korrektur zu Ende geht, so wie wir das hier beispielsweise auch gesehen haben, dann können wir davon ausgehen, dass der Markt erst einmal wieder hier nach unten läuft, in diesen Bereich rein und wenn er dann weiterläuft, dann ist der nächste Support-Bereich, den wir hier über die Stunde sehen, gar nicht so weit weg und damit können wir doch eine sehr, sehr schöne Planung auch aus der Stunde heraus machen, das Ganze gut annehmen und wenn man das plant, sozusagen den Trade in die Stunde hinein, dann kann man die kleineren Zeiteinheiten auch sehr, sehr gut für das kurzfristigere Trading benutzen. Das heißt, hier sehen wir momentan die Korrektur am Laufen und wenn die 5 Minuten wieder rumdrehen in Richtung Abwärtsmarkt der Stunde, dann sehen wir, die Stunde geht zu Ende und damit wäre es dann sozusagen hier der Fall, dass wir die Umkehrsituation auf der Stunde haben und das wäre dann irgendwo in Richtung der Bestätigung des Signals auf Tagesbasis. Also das mal zum Zusammenfluss der Zeiteinheiten hier im Dreierpark. Sascha, einen schönen guten Morgen, moin moin zu dir ins Büro. Also das hier zum Euro-Neuseeland-Dollar und damit mal wieder zu einem Index. Heute kümmern wir uns mal so ein kleines bisschen um Spanien. Interessante Situation hier gestern, deswegen ist der Markt hier reingekommen. Ich muss nochmal suchen, Spain 35, also hier das Kürzel, wenn Sie Research zu diesem Index machen, finden Sie den Namen dieses Indizes unter dem Kürzel IBEX35, also der IBEX, der spanische Aktienindex, hier in diesem Markt. Also was haben wir hier? Wir haben hier entsprechend, Raphael, good morning. Wir haben hier entsprechend die tiefe Korrektur gehabt, jetzt läuft der Markt hier runter. Und was hier an dieser Stelle für mich in meinen Augen relativ interessant ist, ist die Gestaltung dieser letzten Bewegung. Hier hat sich doch einiges an Abwärtsdynamik aufgebaut. Jetzt kommen hier wieder zwei Dinge in Betracht. Nummer eins, ein Snapback. Nummer zwei, ein Weiterlaufen. So, das Thema Snapback ist interessant aus diesem Grund oder aus folgendem Grund. Wir haben hier eine weit gelaufene Bewegung. Also hier ging es halt wirklich ordentlich nach unten, ohne wirkliche zwischenzeitige Korrektur. Wir haben hier in diesem Markt auch diese Gaps gehabt. Diese Gaps waren da und wurden auch geschlossen. Aber immer dann, wenn es zu diesem Schluss kam, hat der Markt direkt wieder nach unten abverkauft. Das ist ein Zeichen von Schwächer. Das heißt, das zeigt mir, dass der Verkaufsdruck noch nicht raus ist. Und damit sind wir hier weit nach unten gelaufen. Das heißt, dieses Band, was wir hier sehen können, imaginäres Band, dieses Gummiband, das dehnt sich weiter und weiter und weiter. Und entweder es knallt richtig unten drunter oder aber wir sehen hier an dieser Stelle den Markt nach unten laufen und hier unten drunter durchspringen und dann hier auf die 8510 reinlaufen. Aber kommt es zum Snapback, dann hier der Weg nach oben frei. Das heißt, wir können hier dann davon aus, wenn der Markt mal wie so ein Gummiband zurückspringt, dann können wir uns die nahegelegenen Tageshochs mal angucken und haben hier an dieser Stelle entsprechend natürlich erst mal das Hoch von gestern bei 8802 Punkten. Und dann haben wir hier oben noch zwei weitere, die relativ eng aneinander liegen hier bei 8.913 beziehungsweise hier 8.937 Punkten hier im Chart auch liegen. Und das wären Marken, die wir auf der Oberseite sehen können. Und da schauen wir auch mal ganz kurz noch in die kleineren Zeiteinheiten rein hier an dieser Stelle. Und da sehen wir momentan halt, das Snapback-Szenario ist definitiv noch nicht da. Warum ist das noch nicht da? Wir laufen hier weiterhin noch im Abwärtstrend nach unten laufen. Das heißt, hier muss ich erst das Spannungsmoment auflösen und das sehen wir noch nicht. Das heißt, diese Auflösung würde dann kommen, wenn wir jetzt hier plötzlich deutlich einfach weiter nach oben schnäpsen und dann den Markt nach oben mit einfach wegnehmen. Das haben wir hier noch nicht, aber wir verweilen momentan hier oben. Wenn wir uns das mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, beispielsweise in den 15 Minuten oder in den 5 Minuten, da sehen wir hier oben momentan so einen leichten, ganz, ganz leichten Seitwärtslauf. Und wenn das etwas ist, was hier noch ein bisschen weiter geht, der Markt sich hier oben sammelt und dann plötzlich über diese, über diese, sag ich mal, kleine Range, die sich dann hier aufbaut, dann nach oben schnäppst, das wäre dann genau die Situation, den Markt hier an dieser Stelle nach oben zu schieben. Das heißt, das wäre dann hier beispielsweise in den 5 Minuten, hier oben sehen wir, dass die 5 Minuten laufen schon schön nach oben. Und wenn das hier oben, was hier oben kommt, der Markt vom Markt rausgenommen wird, das heißt, von hier diese Oberkante, die wir hier haben, und dann unten diese Unterkante hier in diesem Bereich, das ist der Seitwärtslauf, den wir gerade auch in den 15 Minuten gesehen haben. Und wenn sich das Ding nach oben auflöst, dann haben wir hier doch ein bisschen Potenzial, um nach oben zu laufen, um hier kurzfristig dieses Rückschnapper, diesen Rückschnapper spielen zu können. Und das wären dann Dinge, die können wir hier sehr gut und sehr gerne, ja, traden und das in den kleinen Zeitanheiten. Wie schon gesagt, wir laufen hier gegen den großen Trend. Das heißt, wenn das kommt, das sind kurze Trades, kleine Quickies sozusagen, die man hier schnell in den Markt reinigen, in aller Regel auch wirklich nicht allzu lange drinnen lässt. Und das ist die Möglichkeit, die sich hier an dieser Stelle auch mit der Verortung und der Überdehnung im Trendverlauf entsprechend auch mit auszeichnen können. Das also zu den entsprechenden Handelsideen für den heutigen Tag. Von der Seite her wieder einen ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Fragen sehe ich jetzt hier in den Chats keine. Das heißt, allen gute Trades. Goodbye for my international followers. I would like to say thank you to join me. I hope you could see some information that you can use for your own trading. allen anderen einen schönen Dienstag und wir sehen und hören uns dann morgen früh wieder um 8.30 Uhr, wenn wir auf die aktuellen Handelsideen schauen. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.